Bei uns im Familienunternehmen stehen die Familie und Tradition im Vordergrund. Und dennoch müssen wir den Fortschritt digitaler Prozesse nutzen und haben in der Vergangenheit schon viel davon umgesetzt. Als Tochter, Enkelin und selbständige Unternehmerin gibt es viele Herausforderungen, die täglich gemeistert werden müssen. Bei uns trifft Tradition auf Moderne.